So, bleib mal ganz cool hier. Alter, komm, da hast du doch was gehabt, Alter, ey, ohne Witz. So, a good deck. So, so. So muss es eigentlich wieder sein wie vorhin. So. So, so. So, so. So. So, so. So, so. So, so. So, so. 74.000 haben wir jetzt er hat noch 75.000 wie krieg ich dich zum laufen alter hat den ganzen weg hier zugekotzt der ich glaube ich wird muss aber gemacht werden weil ja urplötzlich der scheiß mellowow wieder am pennen war ich weiß nicht bis zu wie viel level das überhaupt geht das spiel ist bestimmt kein endlich ding ist eigentlich schade das macht mir eigentlich richtig richtig laune ich finde es schade wenn es irgendwann jetzt zu ende gehen würde ein kollege von mir hat es durchgespielt es gibt ein ende frage ist nur wann auf welchem level wollte er mir jetzt nicht sagen bis zu wie viel level es geht ist mir auch ganz recht so weil ich jetzt noch nicht wissen will halt wann es zu ende ist ich will mich so alter es wächst ja auch kein bisschen habe ich das gefühl wirst du hier schwalt rede Wir haben uns eben gerade darüber unterhalten, was das Pokémon eigentlich geworden ist. Früher, hey, da gab es nur drei Evolutionen von Evoli und die haben voll gereicht. Du hattest da schon Schwierigkeiten zu entscheiden, zu was du dein Evoli entwickeln willst. Aber jetzt hast du 5000 neue Varianten, da überall rumgammeln. Eine unnötiger als die andere, will ich jetzt mal einen. So, ich könnte verkaufen alle hier. Du bist doch gerade irgendwie reingekommen. Was heißen muss, dass du auch irgendwie wieder rauskommen musst, ohne meine Hilfe jedes Mal. Gott, ist das nervtötend. Ivor, ich brauche nochmal deine Hilfe hier. Ja, whatever. Ein erfrischender Mausen, nicht wahr? Mal hier in Ramsch. Nein, rückgängig. So. Viel zu viele. Viel zu viel. Viel zu viel. So. 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 We werden mit denen. Wir werden mit denen, die wir tun, die wir tun. So. 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 Friss. Ach scheiße, du hast doch... Ach, leck mich, ey. Scheiße, haben wir den Falschen jetzt gefüttert. Kannst du schon mal das da fressen, oder? Ach, guck mal. Großes kann der auch schon mal fressen. Na, jetzt müssen wir nochmal Sonnenblumen abwarten. Schon wieder ist der Bär hier gestorben. Der stirbt da immer in der Ecke, warum? Ist das ein Pinata Venus Fliegenfall im Miesi, oder was? Oh, wie ein schönes Tier. Es sind ein paar coole Dinger mit dabei, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir jetzt die Tiere da rauf. What the fuck? Das ist ein Hippo. Das ist ein Guber. Das kenne ich jetzt nicht. Das kenne ich jetzt auch nicht. Das ist auch nett. Ich vermute mal, dass da oben ein Elefantilla hier ist. Da unten ist ein Krokodiler. Da haben wir das Spinnenvieh. Das ist das Schneckenvieh. Geil. Ich habe hier jetzt noch ein paar richtig coole Viecher, ohne Witz. Ah, der Papagei. Ich würde sagen, wuchst du auf? Oh, ja. Jetzt denke ich, dein Techno Mächtel haben, ne? Dein Eichenbaum ist in Arbeit, mein Freund. Es dauert nur fünf Stunden. So, weißt du, ich glaube, ich mache erst noch das Techno Mächtel für hier, ne? Für die Donuts und den Barstadt. Obwohl, die wollen ja auch nicht mehr viel. Aber dann auch. Den kannst du auch noch zwei fressen. Gut, die beiden machen wir noch. Ein. Du bist ein Monster. Und du hast einen wunderschönen Hinterteil. Was muss ich denn für Elefantilla machen? Elefantilla. Achso, hier bin ich falsch. Da. Hey, hey, das war jetzt. Hopp. Auftauchen. Sechs Kassi oder höher. Sechzehn Brombeeren, Maiskolben, Stachelbeeren oder Erdnüsse. Sechzehn Brombeeren, Maiskolben, Stachelbeeren mit vier Brombeeren gegessen. Fallzeichen. Sechzehn Brombeeren. Passt. Mach ich. Ich hätte eigentlich mal ein bisschen Krömer zusammengekriegt hier. Was sagen, alter. Was ist das denn jetzt? Ähm. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne. Sechs, ne. Ein Mann, ein Lauf, mit dem Sinn kaufend Rassen. Auch wenn es kraftbelastend ist, wenn du über die Sachen sprichst, als wenn es gar nichts war für dich. Ich bin zwar hier, doch warte nicht, frag mich grad, was für'n Tag heute ist der Alkohol? Der spricht aus mir, doch Mädchen, eins verrate ich nicht. Ganz egal, wie viel Klischees ich bediene, innerlich bin ich am Boden, doch verzieh keine Mine. Du machst dich angreifbar, schon von klein auf wahr. Unser Leben vorgegeben wie ein Mandala, das macht's nicht einfacher. Doch heute hab ich's echt gemerkt, so viel wie du vorgabst, warst du verrat? Nee. Also leg ich dich ab, wie ein Geständnis, früh genug gemerkt, dass du nie, wenn ich kenn's bist. Früh genug den Schlussstrich, insofern nicht alle Bars geschoben. Ich bin betäubt, alle Macht in Drogen und das geht. Perfekt. Das darfst du fressen. Ja. Was denn noch? Alter, willst du mich verarschen? Ich kann jetzt hier nicht 300 Dinger noch entzaubern. Oh nö, das ist mir jetzt auch zu blöd. Und ja, das tut dir gut, vor allem vom Leben. Nee, beim besten Willen, Leute. Beim besten Willen nicht. Ich muss mir selbst nichts beweisen, doch bin ständig unterwegs, Bitch. Kuli, was reißen und ab jetzt geh ich den Weg ohne dich. An dir festhalten lohnt sich nicht. Nee, das kannst du fressen. Aber eigentlich jetzt hier, ähm... Bad Straits? Nee, Cocktail, wir müssen mich fressen. Du warst ein Goober und drei Fragezeichen. Wahrscheinlich noch ein... Ich komme mit ner ganzen Horde. Und du meinst, dass dieser Deutschrap mir nichts bringt. Schönen Schaf und hier ein Kuh vielleicht noch. Graune Ente. Nee, nun wahrscheinlich. Nun wäre er noch. Denk da. Chuckles. Das ist doch noch diese eine Paradiespflanze weg. Ich weiß nicht, wie weit jetzt wichtig ist noch für...